Herzlich willkommen im Caritas Seniorenhaus in Bischmissheim. Seit dem Neubau 2012 fühlen sich hier rund 62 Bewohner in vier familiären Hausgemeinschaften sehr wohl. In einem kleinen virtuellen Rundgang stellen wir Ihnen unser Haus vor. Das Highlight des Hauses ist der geschützte Innenhof mit Atrium. Das Atrium bietet speziell demenziell erkrankten Menschen einen Ort, der wie ein offener Wohnraum ist, mit großzügig gestalteter Fläche, um dem möglichen Bewegungsdrang gerecht zu werden. Kräutergarten, Bänke und Tischgruppen im Innenhof laden zum Verweilen und gemeinsamen Austausch ein. Unser Haus verfügt ausschließlich über Einzelzimmer, die nach Belieben individuell und mit liebgewonnenen Kleinmöbeln wohnlich eingerichtet werden können. Die offene und helle Innenarchitektur fördert den vertrauensvollen Umgang von Personal und Bewohnern. Alle Bewohner erhalten im Rahmen ihrer eigenen Ressourcen und Fähigkeiten Unterstützung, Betreuung und Pflege, um die Selbstständigkeit und Eigenbestimmung so lange wie möglich zu erhalten. Dazu fördern gemeinsame Aktivitäten und regelmäßiges Gedächtnistraining, beispielsweise durch Fühlteppiche auf den Fluren, gezielt die Erinnerungsarbeit unserer Bewohner. In unserem Andachtsraum finden regelmäßig religiöse Feiern statt. Er steht zudem als individueller Rückzugsort für das persönliche Gebet oder das Nachhängen eigener Gedanken zur Verfügung.